Moin Leute, Trimax hier. Nächste Folge Brawl Stars. Duck ist ultra, ultra OP, auch in der Duo-Showdown-Map. Also völlig krass. Das zocken wir jetzt mit Big Spin. Mein bester Brawler ist auf 500 und das versuchen wir jetzt mit Duck zu überbieten. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, ich will auf 50.000 Trophäen kommen. Da muss man unfassbar viel grinden, aber ich will auch ultra die Pay-to-Win-Keule schwingen. Championship spielen wir auch noch hier links und es kommt ja sogar der neue Ranglisten-Modus raus. Brawl Stars ist gerade unglaublich geil. Jeder zockt. Ich zock's auch super viel off-stream. Ist einfach geil. Okay, let's go. Ich geh erstmal bei Byron rein, ich experimentier mal ein bisschen. Also das Ziel ist, viele Leute werden hier so Shelly spielen. Shelly ist eine krasse Komponente, du wirst auch gleich sehen. Shelly, hier Jackie ist krass. Buzz wird auch viel gespielt. Okay, es ist, oh, das ist, okay, nice, das ist cool. Schaffen wir 600? 600? Das kenne ich jetzt nicht 500, aber... Genau, du kannst mich natürlich auch immer heilen. Das heißt, wir sollten am besten... Ja, 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 bleib einfach mit drin immer. Ich hab echt schon auch keine Ahnung, was man da ult kann, ne? Du wirst mich, ja, du wirst mich sein müssen, ist aber okay. Kannst du einfach killen, zack. Ja. Der ist so dumm, die Heilung per Hit ist so dumm. Lass mal ne fette Winningstreak aufbauen. Wenn wir wissen, da kommen Gegner, mach ich einfach mein Gadget an, doppelter Damage, alles vorbei. Ja. So, ich mach jetzt an, fertig, guck mir das mal an. Heger, du Wonsch, das ist einfach alles respektlos. Kann ich vergiften? Nice. Die fliegt jetzt, aber okay. Das wird einfach, die macht so, drop zu bomben und so, aber... Passt, ich hab sie. Hier, komm mal zu mir, hier ist noch jemand. Ja, oh, hier ist was. Ja, okay. Der kiltet mich tot. Ab die Sau. So, das passt. Feinfeldschapier hat der, ja, ab ihn. Jo, geil. Nice. Theoretisch, also wenn wir das jetzt auf Chayag gewinnen wollen, Ja. Dann müssen wir warten, bis... Rotes WLAN-Signal. Ich krieg einen Angriff. Skalas, kurz warten, ja. Wir lassen einfach warten. Die kommen nicht hier so richtig... Ja, weil wir nicht... Was kann der untere? Nicht gegen die Feinten, Digga. Das ist so ne... Der kann irgendwie so ein Ding werfen, der kann sich da ranziehen. Also, ja, die... Ich stifte die halt, das ist ein bisschen bitter für die. Oh, herrlich. So, aufpassen. Okay, der ist ja so schnell, Mann. Wie hässlich. Stark. Die Gegner haben mich geddoßt. Ja, klar. Ich halte dich ein bisschen... Alter, ich halte dich um 5 Tauch. Digga, du heilst einfach fuller, ey. Mit einem Hit. Krass. Okay. Oh, ich kann durch die Wände greifen. Wir wussten es nicht, weil er shit ist. Pass auf, der springt gleich auf einen drauf und dann muss der andere den killen. Okay. Okay, nice. Er ist auf dem Larry Lowry. Aufpassen. Den kannst du gleich für One-Shot. Okay, stark. Hier unten jetzt. Das Problem ist halt, so wie wir es gespielt haben, war es eigentlich komplett Arsch. Wir müssen konsequent für ein Team gehen, ansonsten werden wir dritter und kriegen keine Plus-Trophäen so richtig. Ja. Also später ist das dann so. Jetzt ist irrelevant, bekommen wir überall Trophäen. Aber das ist dumm. Nice. Aber das wirklich, der... Irgendwie genau zu. Der mögliche... Duck ist einer der schlechtesten Brawler, schreibt Luke. Ja, dumm. Was darf ich mit ihm machen? Ja, du hast einen Teilwarten. 14 Tage. Boah. Dumm bin. Oh, die haben viele Power-Ups und Larry Lowry. Alles gut, die kommen. Die kommen schon hinterher, aber... Hab einen. Nice, stark. Komm, komm zu mir, komm zu mir. Ja, sandwichen. Du von oben, ich von unten. Hoffentlich greift er mich an, dann ult ich einfach. Ja, hab ich. Nice. Nice. Was sagt die Winning Streak? Ja, steigt. Ich mach Gadget an, falls was kommt, dass es übertrieben knallt. Und jetzt sind die da. Und jetzt, genau. Und jetzt fighten die. Und das ist es halt. Das sind zwei Teams, genau. Das aus der Mitte und das von oben sind da. Und wir können die easy sandwichen. Jetzt lebt nur das Team von rechts und das Team von unten rechts, genau. Der erste macht einfach Double Damage. Das mit fünf Power Ups und mit meinem nächsten Power und 15 Prozent. Guck dir das doch mal an! Du kannst das Gefühl nicht mal so schnell sprechen, die Attacke bewerben, wie du Gehner tötest. Ja. Oh, hier sind noch welche. Dann sammeln sie ein, aber Achtung. Oh, okay. Nein, 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 nein. Ich ult, ich ult, ich ult. Hab geultet, geil. Hä? Der lenkt mich. Ja, der kann die steuern, der kann die steuern, der ulti ist, dass die steuern kann. Er kann nichts machen. Ja! Mann, ist der OP. Kid ist doch schon OP. Wieso hab ich die getötet? 55,000, 56.000 Damage? Bam. Ja, Junge. Er wollte ulten, er wollte ulten. Er konnte gar nichts. Hey, warte mal. Schwimmer. Töte mich mal nicht. Okay, er ist tot. Ich glaube, ich könnte ihn einfach so töten. Ey, bitte, bitte, bitte. Jesse uns. Okay, Jesse, okay. Boah, das ist ekelhaft. Ja, der Chunk gut Damage rein, wenn er sich trifft. Pass auf, genau. Ist aber okay. Kannst den Wollknäuel kannst du eigentlich relativ easy dodgen. Nice. Oh, scheiße! Was ist das denn für ein Müll? 70.000 Damage? Was war denn das für ein Ende? Nice. Mein Power Level und die Power Ups sind prozentual, ne? Ich meine, die sind flat. Na da. Hä. Okay, kommen wir von oben. Also, 10.500 Damage ist aber auch lächerlich. Vor allem durch Wände. Die haben einfach einen scheiß Sprawler in den Besten verwandelt. Ey, das macht übertrieben Bock, die Scheiße hier, ne? Ich mach mal mein Gadget an. Also, meine Gadget an macht Timings sind immer irgendwie geil, oder? Ja, das war stark. Immer wenn ich sage, ich mach mein Gadget an, gibt es einen Double-Kill geregnet. Einfach vom Himmel gefallen. Ich check deinen Typen überhaupt nicht. Ich gerade auf. Oh, die kämpfen, die kämpfen, die sind im Kampf. Duck tot. Double-Kill. Gut. Hotdog ist an, die Wurst. Ja, ja. Double-Kill, ja! Ich werde es so bereuen. Ja, Mann, Schnauze. Wenn die Gegner einigermaßen fände hätten, dann wäre es nicht so gut gewesen. Bam. Hier oben noch. Ich wollte dich retten, ging nicht. Das war die geilste Runde. Das war die, also, das habe ich jetzt bereuen. Das war meine absolute Lieblingsrunde von uns als Duo aller Zeiten. Ich habe die ganze Lobby getötet. 500, Stufe 20. Traum. Triple-Kill! Nee, der ist abgehauen. Der ist so langsam, der Kacker. Ja, der ist schuliert langsam. Der ist so langsam. Ich habe so einen Speedbuff hier in der Plörre. Hä? Das ist so, das ist so eine Art, ich habe so ein Overwatch gespielt, kennst du die war? Nö. Das ist praktisch ein Roboter und dann kommt da das kleine Ding raus. Das ist eine Piper, die kann uns gar nicht töten. Ja, die steht da einfach rum. Oder pusht der gerade. Ach, Digga, das macht keinen Sinn, wenn ich keine Power-Ups habe. Egal, Top 2. Top 2 geschafft. 7, 6, 5, 5, der darf sich nicht die Wände angreifen, dann bist du dumm. Ich weiß, ich weiß bloß was. Gut weggezogen, schön. Lass mich kochen. Komm, 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 komm. Alter! Big Spin, du bist gut mit Scheiß, Tara. 60.000 Damage. Du kannst das Spiel. Echt? Ja. Du kannst dich gegen den Mortis sterben, das geht nicht. Der muss in dich reindaschen und du machst einfach, drückst einfach einen Knopf und dann geht's. Ha, ha. Nice, stark. Hier oben ist der Brock. Ja, das ist der Raketentyp. Boom, Ult. Ja, der hast du. Easy. Bam. Jetzt haben die einen und dann haben wir's. Die dominieren sowas, ne? Das ist wild. Die dominieren auf 600, alles. Nice. Alter! 650. Also, wenn wir 700 schaffen. Wie viele Nashis? 10 Subgifts. Okay. Aber, ich spiele ab jetzt richtig scheiße. Ja, klar, Digga. Wir sollten einfach nur die unten jetzt sandwichen. Dann haben wir schon mal safe, äh, plus. Ja, nice. Plus. Wir werden noch erster. Jetzt haben wir, jetzt haben wir die Ultiko. Zack. Alter! 11.040 Damage auf beiden mit meinem Gadget, äh, ja. 4 0 und 5 0. Geile Runde. Oh, nice. Tot. Geil. Was rein, dran, ne? Hä, ich bin ne Blume? Was, ist okay, ist okay. Du bist in die Haare. Ich hab alles, ich hab alles. Schau mal. Ha. Ist das krass. Mate wird wieder sauer sein. Ah, ne, gut. Mach nicht. Wo ist der Mate? Oh, Wixpin? Ja, der hat gedotcht. Oh, gut. Wo ist der Mate? Oh, ich heil dich halt um 5000, ne? Scheine. Ja, da haben die. Los jetzt. Nice. Das ist geil. Sauber. Stark. Werden nicht von hinten gesandwiched. Mann, ist doch klar. Hier werden nicht von hinten gesandwiched. Du Eierkopf. Du gehst um rein in die 7.0 Shady und sagst, du machst mir Calls. Leck mich. Ich wusste nicht, dass in die 7.0 ist. Du gibst ja einfach keine Calls. Kommunikation ist das Wichtigste. Und du hast doch ab oben in deinem Kopf. Ich hab keine Haare mehr, aber wenigstens Augen. Nein, die sind zugeschwollen. Ich hätte jetzt hier gesandwiched, die Sau. Geh da bitte, bleib da einfach. Bleib da bitte einfach. Bleib da stecken. Bro. Das ist kracht bei dir, oder? Das machst du extra, ja? Du musst nicht mal so viel Damage in der Zone kriegt. Die will gleich ulten. Pass auf. Ich hab auch geultet. Einfach nur auf die. Hä? Alles oder nichts. Einfach nur auf die. Töte sie, töte sie. Ja, sauber. Zweiter Platz. Well fucking played. Scheiß auf die Kack. Die Nita mit 14 hat mich getötet. Gute Runde. Geil. Sieht gut aus. Alter, noch eine Meisterung hoch. Digga, wie schnell man die Meisterung zieht. Normalerweise gefühlt jedes Game plus sieben. Jetzt ist plus 50. Sehr gut. Das ist doch die Runde. Das ist sie doch. Nur noch ein Gadget anmachen. Mach an zur Sicherheit. Das ist das hier. Nice. Stark. Ich hab noch gar nichts gesagt. Ich mach an zur Sicherheit. Ich werde sonst tot. Ich bin weit und breit von Ult entfernt. Da. Da, 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 da. Hab ihn. Hab ihn auch. Haben wir. Nice. Stark. Digga. Das war so geil. Plus neun. Und dann noch Siegesserie, oder? Ja. 705. Ey, ist das krank. Der ist so krass OP. Das war krass. Aber das, ich kann den jetzt gar nicht mehr spielen. Ja, mit mir halt, ne? Ja, mit dir halt. Aber macht jetzt ja Sinn, auf mehr zu gehen, ne? Guck mal, ich glaub, ich bin heute von 11.000 auf 12.000 hochgepusht. Das muss ich nur 40 Mal machen, so ein Stream. Und dann haben wir die. 50.000 Trophäen. Ey, das war richtig krass, Big Spin. Das war großartig. Der war aber auch OP. Aber wir können ja immer irgendwas spielen, was auf einer Map OP ist. Wenn einer bestimmt da voll OP auf Juwelraub ist und einer ist OP in Showdown oder in irgendwas, dann zocken wir das einfach. Klar, genau. Easy. So funktioniert das.